Musik Wie versprochen, es war noch nicht das Ende. Wir kommen zum Bezirksnorman Verteifel und hier darf ich begrüßen den Vorsitzenden Hans-Peter Metternich, da wir uns beide kennen. Meppi, herzlich willkommen hier. Königspaar ist Hans-Peter Metternich, Prinz Sascha Harnenberg, Schüler Prinz Laura Fischer, die auch gleichzeitig Bezirksprinzessin ist, und der Kommandant Hubert Clemens sowie der Funktionsträger Hans-Peter Metternich. Anmerkung in der Bruderschaft Rheinbach war unser Königspaar des Zusammenverbandes Ferdi Lohmüller und Heike Monens im Jahre 2012 zu Hause. Und sie sind es immer noch, nur jetzt ohne die königlichen Insignien. Und vom Bezirksverband Bund Vorgebirge schließt sich immer noch ein Teil an. Und ich glaube, wir kommen hier zum Diözesan Schüler Prinz, Tobias Longerich, Bezirkskönig Marita Viand, vom Bezirksbundesmeister ist Wienand Flur. Nach meiner Einschätzung haben wir jetzt den kompletten Diözesanverband Köln. Ich darf abgeben an den Diözesanverband Trier. Ich darf abgeben an den Diözesanverband Köln. Ich darf abgeben an den Diözesanverband Köln. Angeführt vom Diözesan-Bundesmeister Hubert Mohr. Sein Stellvertreter Junius Gulaus steht hier neben mir und sagt, was zu tun ist. Der Diözesankönig Mario Oster heute leider alleine, da seine Königin erkrankt ist. Als nächstes haben wir die Sankt-Sebastianus-Schützen-Gesellschaft Main aus dem Bezirks Maria Laag. Angeführt von Bundesmeister Norbert Steffes. Königspaar sind Michael und Christine Josten. Bezirkskönigin ist Petra Zimmer. Als nächstes haben wir die Sankt-Hubertus-Schützen-Bruderschaft Zermüllen mit dem König Matthias Christ, dem Vorsitzenden Karl Christ. Aus dem Bezirksverband Burg Altenwies haben wir das Bezirkskönigspaar Julia und Christian Reetz, die Prinzessin Annika Politz, den Schülerprinz Christopher Busley und den Bezirksbundesmeister Heinz-Dieter Werner. Es folgt die Sankt-Sbastianus-Bruderschaft aus dem Rottwies mit dem Vorsitzenden Johann Wallau. Das Königspaar ist Marco und Tanja Stümper, Schülerprinz Florian Israel. Wir begrüßen die Popater-Schützengesellschaft aus dem Bezirksgeneral Steffes mit dem Vorsitzenden Jürgen Schlag, dem Königspaar Björn Schlag und Michaela Pinger, der Prinz Daniel Freisbach und Schülerprinz Michael Wallner. Hier gibt es noch eine Besonderheit, es gibt eine Damenkönigin, Renate Horn. Es folgt Sankt-Probertus-Schützenbrüderschaft Emelshausen und Umgebung mit dem Vorsitzenden Andreas Magosti, Bezirkskönig Jürgen Kneipp und seine Königin Sandra. Es gibt eine Bezirkskönigin noch dazu, Ingrid Stiel. Wir begrüßen den Schützenbund, Bezirksverband Maifeld. Hier ist der Bezirksbundesmeister ebenfalls Hubert Mohr. Das ist Bezirkskönigspaar Michael und Sandra Beckbecker. Die Sankt-Sibastianus-Schützenbruderschaft 1883 aus Einig mit dem Vorsitzenden Christoph Durbin, der gleichzeitig auch König ist und seine Königin Andrea Münch. Das war die Sankt-Sibastin, Daumen hochzudeig ist, aber ich bin in Ordnung, dass die Sankt-Sibastin mit der Sankt-Sib-Norik in der Westerhöhung ist, dass die Sankt-Sieuer mit ihm auf der Straße steht, Die Sankt-Sibaste haben, aber sie machen die Sankt-Sibastin! Das war die Sankt-Sibastin,